Okay, Klasse. Das Wochenende nähert sich. Wir müssen sehen, wer das Klassentier Gerald mit nach Hause nimmt. Nun, wer will ihn mitnehmen? Caillou, warum nimmst du Gerald nicht mit? Dann kann ich ihn füttern, mit ihm spielen und er kann morgen in seinem Ball herumlaufen. Nun raus aus den Federn. Es gibt Frühstück. Komm schon. Mama sagt, du kannst in deinem Ball spielen. Caillou, Leo ist hier. Komme, Mama. Wart hier, Gerald. Hey, Caillou. Leo, bist du hier, um Gerald zu sehen? Ich wollte ihn gerade nach draußen bringen. Klar. Damit er Bewegung bekommt, habe ich ihn in seinen Ball gesetzt. Oh nein. Was ist los, Caillou? Wo ist Gerald? Er war hier und jetzt ist er weg. Mama, ich habe Gerald in seinen Ball gelassen und jetzt ist er verschwunden. Alles gut, Caillou. Wir finden ihn. Komm, Gerald. Komm, Gerald. Oh, ich werde ihn nie wiederfinden. Ebert! Da bist du! Da bist du! Ha, 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 ha! Oh, ich mag ihn. Bist du? Ich wüsste Cour. Timmlo. ília. stalten. stuff. Okay. Vielen Dank.